namen freunde alex hier und im heutigen video habe ich mein anliegen an euch und zwar habe ich ja nach video wünschen gefragt und da kam eine sehr gute idee eines zuschauers aus der community und zwar möchte ich jetzt gerne eine videoreihe machen pimp my gear in der ich auslösungsgegenstände vorstelle die nicht in der dienen fahrzeugbeladung sind sondern die ihr selbst gebaut habt bei eurer feuerwehr beim thw oder im rettungsdienst egal ob es jetzt die fahrzeugbeladung betrifft oder persönliche ausrüstung ich sag mal handschuh halter aus alten schläuchen oder was auch immer wenn ihr da irgendwas habt was ihr umgebaut habt neu gebaut habt dann könnt ihr erst gerne einsenden bilder oder videos gerne per instagram oder facebook oder halt an die e mail adresse die ich hier einblenden werde und dazu schreiben dass es eure bilder sind und dass ich die verwenden darf im video sonst kann ich probleme kriegen und am besten eine kurze anleitung aus was habt ihr das gebaut welches material benötigt man dafür und wofür wird es verwendet und dann hoffe ich dass einige einsendungen kommen vielleicht wird es nur ein video vielleicht auch gar keins oder vielleicht auch eine reihe an videos das hängt davon ab wie viel ihr einsendet und das hat den vorteil dass man sich nicht immer selbst was ausdenken muss sondern dass man auch mal ideen von anderen leuten aus anderen feuerwehren und organisationen bekommt und die vielleicht bei sich in der organisation umsetzen kann ich bin sehr gespannt und hoffe dass da ein paar einsendungen kommen und dann hoffe ich dass wir uns im nächsten video sehen bis dahin bleibt gesund euer alex